Hallo zusammen, herzlich willkommen hier in Zürich! Wir haben für uns ein mega cooles Weekend vorbereitet. Und zwar schlafen wir im Hotel Renaissance Tower, gibt es ein Bein-Dreingang-Menü und ein Ausgang im Club-Kauf-Leute und ich werde sogar noch vom Uber-Hein chauffieren. Cool, oder? Komm, ich schaue jetzt mal an! Auf Wiedersehen!